hallo und herzlich willkommen bei red or gamble ich bin heute wirft die nach dem ticket und heute habe ich das spiel dragon scraps abenteuer spiel starten voll betreiben und ein bisschen warten ich habe das spiel letztens richtig lange noch gespielt also ich bin ziemlich weit gekommen also finde ich jetzt dass ich da ziemlich weit gekommen bin glaube ich zwei wochen lang immer gespielt habe jetzt hier so einen ganz großen drachen habe hier alles weg gemacht aber dann habe ich auch nicht mehr gespielt also zwei wochen ungefähr habe ich es dann noch gespielt jeden tag immer so ein ganz bisschen und ja mittlerweile habe ich hier auch drei fehler mehr ich brauche diese rundstöcker vier stück also vier stöcker ok dafür brauche ich erst mal diese bretter ach das dauert ja ewig bis ich die stöcke habe hierfür brauche ich dreimal brot da ist brot für brot brauche ich erstmal dafür brauche ich erstmal den hier der nächste was möchte der haben oh den kuchen den kann ich bestimmt machen hoffentlich und da ist der kuchen ach ne das war bei brot ne das war maisbrot da hätte ich auch nicht machen können da fehlt mir so ein maisbeutel mhm ärgerlich maisbrot teig die karotte und maisbrot also meistens fehlt mir maisbrot dann werde ich mal pflanzen oh hier ist ein hafen na gut wir pflanzen erstmal mais an ach mais das ist doch nicht mais das ist mais mensch und da machen wir mal zuckerrohr rein gut wir haben 70% damit können wir irgendwas hier abfarmen oh das kostet 71 oh erstmal den 50% ja 50% 50% 50% Energie ok ok schauen wir mal hier das ist ein angebot können wir hier machen gibt es hier die gratis geschenke wieder die gratis wenn ich mir ein video anschaue sch eswyn die 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 Was habe ich denn hier in dem Brief stehen? Oh, schön. Wow, nice. Jetzt kann man hier ganz schön viel abfarmen. So, ach genau, das kann ich auch noch spielen. Gedrückt lassen. Drei. Ich habe noch nie gehabt, dass ich drei gleiche Sachen hatte. Oh, da. Da gab es Diamanten. Gerade von erzählt uns schon was passiert. Okay, ich habe noch nie gehabt, das zweite Mal, drei gleiche Sachen. Und? Hey, kommt nichts mehr, leider. Aber drei Diamanten geschenkt gekriegt. Auch schön. Okay, was ist das da? Das ging nicht weg. Ah, 32. Ah, 32. Schade. Und dann Na gut, so war. die nächsten dinge an hier ob da was dabei ist da war ich schon was ist denn das hier ich bin noch auf der ersten insel war ich habe mir gedacht ich mal erst die heimatinsel fertig war mein heimatort und dann gehe ich später zu der insel rüber mache die komplett fertig ok gerade aus Versehen wie angeschaut nur so weit bin ich auf der insel gold k 2 k 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 Da hab ich auch was fertig. Nein, nicht ganz. Das. Okay, ich muss da hin. Hm, nicht heute. Vielleicht ein andermal. Gut. Da ist ne Kiste. Na gut, dann pführen wir mal hier mit Energie auf. Zack. Da ist Geld. Okay. 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 Sind wir denn jetzt eigentlich schon soweit? Und hier ist glaube ich nix schönes mehr. Wow, nice. 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 Neues Gebäude. Da, Geld, Geld. Und wieder da. Fünf solcher Hanteln. Da ist schon mal eine. Gut, dann gehen wir mal hier wieder raus. Was ist da? Achso. Ja. Schön. Gut. Ähm. Soweit fertig hier. Wegporten. Butterkarten. 둘 minus. Jetzt war... Absolut. Ja. Männer. Na gut. Erstmal mit den Heimatkarten rein. Um was ist die Doom-Insel? Geht noch nicht. Gut. Und hier sind wir wieder. Dann werde ich jetzt einmal kurz schauen. Erstmal ja. Eis abernten. Dann werde ich jetzt mal kurz gucken. Der ist auch schon fertig. Der da oben auch. Ne. Okay. Dann wollte ich jetzt erstmal gucken, was ich noch kaufen kann. Genau. Ähm. Die Gebäude haben wir alle. Und das fehlt mir noch. Okay. Da fehlt mir noch 600 Gold für. Hier. Da fehlt mir noch ein bisschen mehr. Bäume. Da habe ich alles. 5000. Äh. Den könnte ich kaufen. Einen großen Drachenheim. Machen wir auch. Komm. Dann kommst du zu den Drachenhausen. Dann. Dann. schon fertig. Ich werde das alles mal ein bisschen nach links verschieben. Okay. Ich werde das alles mal ein bisschen nach links hinfahren. Ich werde das alles mal an. Also ein bisschen nach links. Da ist jetzt noch ein bisschen nach links. Ich werde das mal raus lassen. Ich werde das mal rausfinden. Lass mich nochmal raus. Ok, ist mein Obst schon fertig, habe ich das nicht gerade erst eingepflanzt? Oder mein Gemüse? Dann mache ich jetzt den hier, und den hier, und den hier, dann habe ich doch die beiden mit 5, oh, ich bin ja Level Up, sehe ich gerade, oh, ich kann das nächste Haus bauen. Ja, ok, da ist nur Deko hier, also ich brauche keine Deko. Ah, das ist sowas, dann kommt das hier unten hin. Hier kriege ich nicht Energie her, mal schauen, ob ich was holen kann. Gut, 85 Energie. Hier kriege ich auch Energie jetzt. Wie viel Schokolade habe ich hier, hm, ich kriege jetzt gerade Hunger auf Schokoladen. Okay. 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 Ich möchte die haben und morgen wird mir das geliefert. gut. Okay. 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 mal sagen, das war's für heute. Okay. 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 mal beenden. mal beenden und ich sage Dankeschön für Zuschauen. mal beenden und ich würde mich freuen wenn ihr bei seid. bis dann mit euch viel spaß und auf wiedersehen. tschau tschau. tschau tschau.